Es gibt kaum etwas Unangenehmeres, als wenn man für jemanden Beanburger kochen möchte und am Ende ein Stück Matsch zwischen zwei Bands serviert. Damit euch nicht das gleiche passiert, wie mir vor einiger Zeit, zeige ich euch ein paar Dinge, auf die ihr achten solltet. Die Haferflocken habe ich in einem Mixer zu Hafermehl verarbeitet, vorgekochte Kidneybohnen, frische Petersilie, Mais, Tomatenmark, Salz und für 10 Minuten aufgequollene Leinsamen in den Mixer gegeben und dann stückisch gemixt. Es soll aber nicht zu einem Püree werden, also nicht zu stark mixen. Die Leinsamen benutzen wir übrigens als eine Art Eiersatz. Jetzt formen wir vier gleich große Patties, stellen sie kurz kalt, damit sie fest werden und braten sie am besten in einer Antihaftpfanne auf mittlerer Stufe schön kross an. Auf die getoasteten Buns kommt veganes Giraccia-Mayonnaise, unsere Burger-Patties, Salat, Tomate, Gewürzgurke sowie Zwiebeln und fertig ist unser veganes Wunder.